Ich mag Züge, ihr Husos. Wieso schauen alle doof? Bin nackt am 4. Hauptbahnhof. Man ist froh, schnell wieder aus Fürth weiterzufahren. Best Show. Kranker Bahnhof. Die Leute da so chillig, aber leider zu wenige Klos. Die Atzen haben mies einen aufgezockt im Fotofix. Fürth schön statt ist und auch sehr ruhig. Kein WC. Es riecht überall sehr unangenehm nach Urin und es gibt nur Brezeln zu kaufen. Nichts anderes.